Und jetzt eine semi-flexible nip, ohne Pressure, und jetzt eine semi-flexible Feder, eine Pluma semi-flexible, und eine andere semi-flexible Feder. Jetzt den gleichen Bewegungsablauf mit der starren Feder. Und wir kommen wieder zur flexiblen Feder. Das gleiche jetzt mit der semi-flexiblen Feder with the semi-flexible nip. Und jetzt noch eine semi-flexible nip. Another flexible nip. Mit mehr Pressure und Masse, Fuerza. Without Pressure, Without Pressure. Und jetzt noch eine andere Pen. Mit Pressure. Oh. 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 Das ist der Optimum in Fountain Pen Nibs. Das ist das Optimale, was es so am Markt gibt. Nochmal zum Vergleich, das gleiche jetzt mit einem Tintenroller, das gleiche mit einer starren Feder mit einer semiflexiblen und nochmal zwei flexible Federn. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.